Und die zwei haben so noch wie frisch geboren in den Ohren, in den Ohren, Styropor in den Ohren, fühl mich wie neu geboren. Ich muss doch sagen, dass das kein Scherz war. Okay. Radeway verdünnt, doch, hörst du. Bleib bloß hier, du Dreck-Sau. Den töte ich jetzt erst, siehste. Jetzt sei er erst tot. Okay. Ich brauche mich noch anfangen. Ah, cool, ein Roboter. Wahlherz. Nee, nee, nee. Komm, wir haben es probiert. Bloße Schrauben. Und wir sind alle eigentlich ziemlich gut darin aufzugeben. Der hätte wahrscheinlich nur noch hier reinrennen müssen und dann wäre es wahrscheinlich fertig gewesen. Lose Schrauben. Alter, guck mal. Siehst du das hier im Regal? Da ist was für aus deinen Haaren. Öl, meinst du? Überschüssiges Öl. Geil. Tibor, schicke Frisur. Seid fettig draußen. Völlig richtig. Völlig richtig. Völlig richtig. So. Ich kann immer noch keine Muni. Doch, ich könnte 540er Patrone machen. Ich will aber 308er Patronen machen, Alter. Fehlt immer noch Stahl. Wie oft soll ich noch Schäbigen Stahl finden? Schäbigen, Schäbigen Stahl, Schäbigen. Ja. Habe ich nicht getan, oder? Und schon wieder am Verdursten. Ich brauche auf jeden Fall gleich so eine Kochstelle und sowas, ey. Also, wenn einer Bock hat von euch, könnt ihr mal so ein Lager hier aufstellen und dann... Ja, komm. Ich wollte so ein Lager mal meine Stahl stellen. Okay. Ja. Dad. Kann ich nicht, darf ich hier nicht. Darf ich hier mal um... Warte ich nicht. Doch, hier habe ich ein Bier. Wahrscheinlich, weil es ein Eventgebiet ist. Das darf man nicht versperren. Ah. Oh Gott. Kleber ist ganz schön super. Ich nenne hier auch den Super. Okay. Der war kaputt, ja, Mann. Warte. Kann er haben. Boah, Alter. Ich müsste auch mal gleich meine... Ich glaube, ich habe noch einen Skillpunkt gleich zu verteilen. Oh, brauche ich auch. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier das... Wenn ich von Fert... Ferttagen spreche. Ich dachte, da wäre was. Da war nix. Ach doch, komm. Ist okay hier. Da. Na. Nein. Liegt der? Ja, nee. Jetzt landet der da. Oh, da unten. Oh, die habe ich gar nicht so wahrgenommen. Du warst, Herr. Ist geklappt mit dem Camp? Natürlich nicht. Ach, Enter. Mir gefällt die Position nicht. Wenn, möchte ich auch gleich da. Hier ist okay. Hier. Boah, das hat mich auch getroffen. Aber ordentlich, ey. Red X verdünnt. Jagdgewehr kommen eingepackt. Was auch immer ich dann damit machen kann. Du kannst ein Camp nicht in der Nähe von vorhandenen Standorten platzieren. Wat? Ah, jetzt zeige ich mir noch Grün an. Also ich kann da kein Lager platzieren. Vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren. Aber ich habe immer wieder, muss ich ja sagen, kurze Performance-Probleme, ne? Ja, mir auch. Ach, hier, das Gebäude ist auch ein Standort. Liegt daran, dass die Engine ungefähr mit dem Führer erfunden worden ist. Alter. Ah, okay. Tibor, herkomm. Hier gibt Mugge. Oh, warte. Ich spiele das Banjo. Oh, 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 oh. Ich sehe dich nicht. Ich so... So, das ist noch ein Mikrofon. Einer von euch muss singen. Peter, äh, den geht's im Moment kaufen, weil ich auch. Ich singe einfach. Ja, eigentlich müsstest du singen, Tibor. Ich habe mich da umgeworfen. Nee. Ist nicht wahr. Ich dachte, jetzt kommt voll die geile Mikro-Action. Voll gespannt, auf einmal schmeißt er es rum. Ja, aber ohne, dass ich das will, weißt du? Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, der Furz sitzt quer. Doch jetzt sind wir hier im Vorlauts. Und ihr seht hier zu 50% ohne Vorhaus. Boah. Und die zwei haben sie noch wie frisch geboren. In den Ohrn. In den Ohrn. Boah. Styropor in den Ohrn. Fühl mich wie neu geboren. Boah. Styropor. Styropokokken, würde ich sagen. Styropokokken. Senfglocken. Da möchte ich drauf hocken. Da bin ich voll in Socken. Verflocken. Ich werde euch alle rocken. Mit meinen kleinen Marotten. Die Karotten. Auf dem Pott. Und du redest den ganzen Tag nur Schrott. Aber flott. Es macht eine volle Fott. Ich kann voll gut reimen. Und das reimt sich immer. Not. Schöner Spot. Kann ich dich nicht ansehen. Sonst könnte ich dich besser verstehen. Im Kot sich selber drehen. Eine Zigarette aus Kot sich drehen. Ey. Wow. Wir werden auch geschossen. Ich bin aber auch geschossen. Die Pommes mit Kot versehen. Okay. Den Spruch hast du verhauen. Ich finde Musik ist jetzt erstmal gegessen. Ja. Ich habe auch keinen Bock mehr. Boah krass. Ich habe dir zum ersten Mal ins Gesicht geguckt. Jetzt reicht es mir für fünf Stunden mit Musik. Boah krass. Alter. Dann möchte ich mir das Gesicht bis auf die Ohren abreißen. Oh. Rauker. Holy shit ey. Der Türke war es. Der Türke war es. Um eine leckere Belohnung zu erhalten. Also so ein Abschluss macht es fast so ganz gut. So. Jemand tot? Ja. Aber ich stehe noch auf zwei Beinen. Boah. Jetzt hast du hier mit der Fabrik. Hallo. Ich will. Was? Meine Waffe auswählen. Hey Knut, der Hoh steht mir sehr gut. Das zu tragen macht viel Lund. Der ist nicht aufgelöst. Was ist das da für ein Schmalk? Okay. Hier könnten es sein, dass wir Stimpaks und so finden. Das sieht mir aus wie ein Militärgebiet. Dieses ähm. Ja, weil die dafür bekannt sind für die Medizin. Nein. Ihre Verwundeten lassen die meistens einfach liegen. Ja. Und scheißen die Rand voll mit Dungen. Dungen und Jauchze. Da wären wir wieder. Jauche. Ja, hier war ich auch gewesen. Einfach so ein Stöpsel in den Hals geschissen. Das ist doch hier der Flugkauf. Abgekochtes. Ja, ja. Da müssen wir auch gleich rein. Die Tür da vorne. Guck mal hier. Wir haben hier einen. Allem rücken gebrochen. Mac and Cheese. Hier. Airport sehe ich auf hier oben. Ich muss mal kurz. Ich komme sofort. Ich schaue mich mal hier noch um. Mac and Cheese. Ich bin ja so der Freund von Mac and Tosh. Na. Ich würde das ja eigentlich gerne mal essen. Aber das ist nicht so, ob ich viele Kalorien mit da habe. Eins. Eins. Wenn du in drei Käse-Sorten geschwenkt bist. Boah. Ich habe gestern einfach einen Nudelauflauf improvisiert. Ich hatte mal Fadennudeln von einer Hühnersuppe. Dose Tomatensauce. Dose Tomatensauce. Ja doch. Richtig. Brokkoli eingefroren. Einfach gestern einen Auflauf improvisiert. Sollen wir hier in der Kaborde reingehen? Wie ist das? Achso. Ja, ja. Ich komme hinterher. Let's go, Männer. Alten Dreckschwein. Hat sich getan dauernd im Knien, ey. Um alten Dreck. Come on. Check-in, Kiosk. Am Flughafen. So. Check-in. Ja, ich check uns mal ein, ne? Check uns mal ein. Türensteuerung. Mülleimer. Seht mal was? Ja, das war's. Was? Verbrannter? Ich sehe irgendwas. Level 1 Verbrannter wird mal angezeigt. Verder. Oh. Was? Oh, ne Kacke Lake. Kann das sein, dass wir killen und du lootest? Ja, ja. Ich sehe mich nämlich als Führungsperson. Hier gerade in dieser Gruppierung. Der ist rechts. Der Typ ist rechts. Ganz klar. Vorbildmäßig schon so gelernt habe von meinen anderen Vorgesetzten, wo ich natürlich auch dementsprechend handel. Und sagen, Leute, ich bin Chef, ihr nix. Witzig sein, oder was, hä? Oh, Tomahawk. Ich krieg die Krise. Zum Werfen? Ne. Doch, natürlich. Ist das sein Name? Ist das denn Laborstation? Ich guck mal rein. Alle Getränke. Alle Getränke. Aha. Abgekochtes Wasser. Ja, das darfst du mir machen. Munition. Ich kann mir aus Säure und Stoff Schießpulver machen. Ja, das mache ich doch mal. Schmelzen. Ich kann unverarbeiteten Dünger zu Gemüse schmelzen. Das kann mir aber ein bisschen... Was? Heilung. Stimpack verdünnt. Ne, ne, das will ich nicht. Alles gut. Alles gut. Leute, ich vertraue euch. Ihr beschützt mich, wenn ich hier einfach meinen Geschäften nachgehe. Ich brauche jetzt mal Kiste mit Zeug. Bastelwerkbank. Nur gut, dass Sie nicht hier waren. Was ist denn Großmängel? So, jetzt sehe ich auch Anführer dementsprechend aus hier. Wo liegt mir? Ich habe gerade eine Leber... 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 Ach, da steht einer. Zirrhose. Kimmeltante. Oh, die ist auch verletzt am Kopf. Eine. Alten Drecksau. Arsch, tot und bemanke. Alter. Bewegt deine Stinkbombenhaftigkeit weg. So, jetzt hör mal bitte auf, mit den Füßen zu schmatzen. Schon mal was von Dingen der Unmöglichkeit gehört, du Trottelboi. Die Schwein! Die Schwein! Hauptsache sieht... Alter, wie kommt dieses... Ach nee, die Frage war doof. Hier geht es noch höher. Ich glaube, hier oben müssen wir auch weiter, ne? Also, Appalachia! Mir wird bei Exit das Ding jetzt angezeigt, aber... Hier bei mir. Wie bist du nach oben gekommen? Ja! Energisch. Das geht mehr auf der Treppe. Boah, man, quasi... Den Hass! In dieser... Ne? Unverhältnismäßigen... Boah! Voller Radioaktivität, das Scheiß wie ich... Oh, die hat einen Holotape in der Hand, die Tante. Wie ist das? Sie wupple, Merde! Sie wupple, Merde! Loxenbox! Ja, äh... Steh doch mal einfach da, die Höhle, Kacke-Lake! Schau, das noch! Vollend, nice! Also, ich rieche hier richtig auf den Sack! Was? Wo riecht du denn? Da hinten, der Römer! Ja, aber... Ich rieche hier mal auf mich, also... Halleluja, ja... Ja, ich rieche da mal gemacht! Ja, ich rieche da mal... Ja, ich rieche da mal... Ja, ich rieche da mal... Hier ist ein Kochherd, ich kann hier herstellen! Ja! Hier, wo ich jetzt bin! Hä, aber du bist woanders! Nee, ich bin hier beim Versteckte Aufsehren, hier jetzt hier gerade! Ah! Hier ist ein Terminal und hier gibt's wieder so'n... ...fortgeschrittenen Training! Ah! Meine Herren! So, hab ich hier auch Aufseher-Logbuch, okay... Aufseher-Logbuch, Morgantown! Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier! Habe Flugstunden genommen! Da muss man sich wieder einen Polotip anhören! Jetzt fühle ich sich anders, als wäre ich in einem Eintraum gefangen! Diese verbrannten Dinger sind überall! Ey! Ich habe mich still verhalten! Ey! Leichte... Ey! Ich habe mich verliebt! Ich will da, dass du in Brustteil Stufe 1 kommst! Du bist überladen! Dinger, die mal menschlich waren, erstarren schließlich! Wie in einer Art Starne! Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann... ...verbrennen sie von innen nach außen! Jetzt habe ich zweimal! Wie ein umgekehrter Vesuv! Eher hinlegen, er hinlegen! Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte! Und dann habe ich meine Antwort bekommen! Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab! Es kreischte! Atmete! So, was habe ich denn jetzt hier? Reperrieren im Himmel-Terminal? Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann! Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen! Informiere dich über das Impfprojekt! Die Bomben! Wir finden die Ursache für diese verbrannten Seuche und löschen sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann! Aber immer der Reihe nach! Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet! Sogar zwei Level-Ups habe ich gekriegt! Oh, ich müsste auch mal... Ah, die kann ich nicht reparieren! So, da muss ich auch mal gucken! Escape? Nee! Wo sehe ich das mit dem... Hast du schon mal von einem außerirdischen Komiker gehört? Seine Witze sind nicht von dieser Welt! Alter! Geil! Charisma! 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 Ich muss jetzt... Hier wieder raus, sagt er! Also, wir müssen mal meine Quest mal hier angucken! Also, am Norden ist... Hauptquest! ...mit dem Lagerplatz eine Quest jetzt? Meine Hauptquest... Ich informiere dich über das Impfprojekt! Nee, zurück! Ich muss jetzt hier nochmal gucken! Ein nahegelegenes Terminal! Mehr über das Impfprojekt der Responder zu erfahren! Dann haben wir noch zwei Nebenquests. Ich bin hier gerade noch im... ...zurelst beim Sprinten 15% Schadens- und Energieresistenz. Ja komm, dann nehme ich auch mal dat. Also deine Queste ich auch mit dem Impfprojekt habe, aber die habe ich nicht. Und... Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier nehmen soll. Du hältst 1% plus ein Schlossknacken und der optimale Bereich beim Knacken ist um 10% vergrößert. Ist das sinnig oder macht der Benni dat? Was? Ja, Schlossknacken. Da bist du doch... Ja, hab ich jetzt auf... Also Einbrecher 1. Ja, ja, ist doch gut. Dann bleib du doch... Du machst das ja auch gerne. Lieber Einbrecher. Ich weiß. Ich weiß nicht, was ich sonst. Einhand-Waffen-Schrott-Gegenstände... Ja... Na, den ersten Karker wirst du wahrscheinlich eh total verskillen. Du kannst also momentan die Talentpunkte halt auch später nicht mehr ändern. Aber du kannst alle Karten später noch sammeln. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass du erstmal die Punkte da reinsteckst. Also theoretisch, was du später haben willst. Aber das kannst du ja jetzt noch nicht wissen. Uff. Also du schaust halt im Internet nach und bastelst du hier schon mal was zusammen? Nee. Ich kann erst mal blind immer ein Verderben. Oplan. Was? Leichtmetallbeine? Ja. Hab ich. Boah, ich muss auf jeden Fall... Seid ihr... Benni, bist du wieder raus? Nee, ach, du bist hier. Ich bin noch hier. Ich bin immer noch mit mir beschäftigt. Ja, ja. Achso, Baupläne kann ich ja alle benutzen, ne? Doppelklick, okay. Ah, die wiegen auch. Vielleicht sollten die hier auch so nach und nach lernen. Unter Notizen? Gegenstände, genau. Notizen. Stimmt. Steffte gibt es da auch noch. Jo. Lef, Frieden, Hackbraten. Ach, du Schande. Will ich gar nicht. So. Mods. Mods hab ich noch keine. Munition. Aha. Fusionszelle. Kann ich Fusionszelle wegschmeißen oder braucht die jemand von euch? Äh, nee, nee. Das ist Munition. Das ist Munition. Ja, ja, gut. Ich will nur ein bisschen was loswerden. Wo bist du denn? Ich hab jetzt, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt schon durch die Tür da gegangen. Ich warte hier ruhig. Männers, wisst ihr was? Hier oben die Tür. Ich geh mal kurz Pipi machen und mir einen Kaffee zapfen. Du hast so ein Stimmzapfen auf. Ja, natürlich. Schon sagen, ey. Also, ich stell mich mal kurz hier irgendwie... Abgelehnt. Toilette. So. Der ist schon mal raus hier. Ist gleich. Schmeiß den raus. In Volt 76, our future begins. Abgelehnt. ÄNein. Untertitelung des ZDF, 2020